Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Info-Video. Ich wollte mal fragen, ob ihr zufällig einen Kanal kennt, der unter 100 Abonnenten hat und auf jedem Video ziemlich wenige Klicks, denn ich mache in Kürze ein neues Format und dazu wollte ich mich noch entschuldigen, dass hier so wenig Videos auf meinem Kanal onkommen. Das liegt daran, dass ich einfach wenig Zeit habe, da ich am Montag oder Dienstag Englischprüfung schreibe, also Abschlussprüfung in Englisch, mündliche und ja, deswegen kommen so wenig Videos und eher mehr Livestreams und Magical, das Projekt, ist schon sehr lange vorbei, aber ja, ich habe noch einige Videos auf Vorrat davon, deswegen werden noch ein paar davon kommen und ja, ich würde sagen, das war es damit im Video. Abonnieren nicht vergessen und tschö, mitte!